In so gut wie jedem, jedem Bewerbungsgespräch kannst du damit rechnen, dass dir diese eine Frage auf jeden Fall gestellt wird. Und das ist, was sind ihre Stärken? So, jetzt gibt es ein paar Sachen, die du auf keinen Fall tun darfst. Das Erste, dir fällt nichts dazu ein, du bist nicht vorbereitet, fängst an zu stottern, ganz, ganz schlecht. Das Andere, du sagst, ja, ich bin teamfähig, flexibel und leistungsbereit. Das schläft jeder Personale ein. So, und das heißt, heute zeige ich dir, wie du eine richtig knackige und gute Antwort formulieren kannst, was bei dieser Antwort extrem wichtig ist, wie du die Antworten formulieren kannst, um besser zu sein als alle anderen und dem Personale wirklich zu überraschen. Und am Ende bekommst du von mir neun Antworten, die du eins zu eins verwenden kannst. Und das Beste, was du machen kannst, du suchst dir drei von diesen Antworten aus, drei von diesen Stärken und kombinierst sie zu einer perfekten Antwort. Also, lass uns loslegen. Bevor ich dir die einzelnen Stärken vorstelle und zeige, wie du sie verwenden kannst im Interview, nochmal vier wichtige Tipps zu dieser Frage. Das Erste, wir unterscheiden zwischen Hard Skills und Soft Skills. Hard Skills sind Sachen, die du typischerweise beweisen kannst. Was ist, wie Schreibmaschinen schreiben, Java programmieren, Klempner-Ausbildung haben, Installateur-Ausbildung haben, ein Studium. Das sind im Prinzip Hard Skills, wo es Zeugnisse, wo es Belege, wo es Zertifikate gibt, die du auch reinführen kannst. Soft Skills sind eher Sachen wie Teamfähigkeit, vielleicht auch Projektmanagement, Diszipliniertheit, Flexibilität. Und ja, diese Sachen solltest du unterscheiden. Wie du das genau machst, erkläre ich dir bei den Beispielen für die einzelnen Stärken. Wenn du nicht genau weißt, welche Stärken, welche Soft Skills du hast bei den Hard Skills, das ist ja relativ klar, welche Zeugnisse hast du, welche Skills hast du. Manchmal weiß man es auch nicht ganz genau. Da auch nochmal nachschauen. Bei den Soft Skills idealerweise auch mal eine Liste machen, welche Sachen dir besonders gut liegen, wo du dich besonders stark fühlst, aber auch Freunde, Familie, Verwandte fragen. Das ist immer eine sehr gute Idee. Oder auch Ex-Kollegen oder jetzige Kollegen mal fragen, hey, was glaubst du denn, was ich besonders gut kann? Der Tipp 2, super, super wichtig und einer der Unterscheidungsmerkmale, die dich aus dem Feld der Bewerber schon hervorheben können. Du suchst für jede Stärke, die du nennst, einen Beweis, einen Beleg, ein Beispiel. Bei Hard Skills hast du halt irgendwelche Zertifikate. Vielleicht kannst du auch sagen, hey, in dem Kurs habe ich als zweitbester abgeschnitten oder du hast das ganz besonders gut gemacht, ein schwieriges Projekt, noch on time, on budget abgeschlossen oder irgendwelche anderen Sachen toll erledigt, irgendwie die beste Abschlussarbeit geschrieben, einen Preis gewonnen für deine Diplomarbeit im Design, also dass du dir da die Sachen raussuchst, aber auch für die Soft Skills. Du sagst, ich kann sehr konzentriert arbeiten. Ja, ich meine, letztes Büro war ein Großraumbüro, da war immer viel los, aber ich konnte mich immer konzentrieren und habe es immer geschafft, auch wichtige Themen, wichtige Texte richtig zu Ende zu bringen. Zum Beispiel den Text so und so, der dann auf der Titelseite der Zeitung Exitulern erschienen ist. Solche Beispiele machen deine Stärken richtig stark und glaubwürdig. Der dritte Tipp, nimm nicht eine Stärke, nimm aber auch nicht zehn. Also meine Empfehlung ist, nimm so zwei bis drei Stärken, wo du sagst, hey, da bin ich ganz besonders gut und es gibt noch ein weiteres Kriterium, das kommt aber jetzt gleich, was super, super wichtig ist, welche Stärken du auswählst. Such dir zwei bis drei Stärken raus mit den richtigen Beispielen dazu. So, und der vierte Tipp ist der wichtigste von allen. Beim vierten Tipp geht es darum, schau dir nochmal genau die Stellenausschreibung an und guck, okay, auf welche Stärken kommst du denn bei dieser Position, auf die du dich bewirbst, ganz besonders an. Wenn hier ein Projektmanager gesucht wird und du sagst, meine Stärke ist, ich bin besonders kreativ, dann ist das kein guter Match. Oder es wird eine Stelle als Buchhalter gesucht und du sagst, ja, ich bin ein guter Maler, das hilft dir nicht weiter. Also beim Buchhalter würde man sagen, ich bin ganz besonders sorgfältig, ich kann gut mit Zahlen umgehen und ich habe irgendwie ein Zertifikat im Umgang mit DATEV oder mit einem Buchungsprogramm. Und das wären Stärken, die man hier sehr gut nennen könnte. Also schau, welche Stärken werden verlangt, oft steht das ja schon in der Stellenausschreibung drin, und dann guck, okay, ist das eine meiner Stärken und wie kann ich die belegen? Welche Beispiele, welche Zertifikate, welche Belege kann ich bringen? Du siehst schon, manchmal brauchst du die Beispiele, die ich jetzt noch nenne, gar nicht mehr, weil du siehst, hey, genau das, Sorgfältigkeit, gemeinsame Zusammenarbeit und ein gutes Zahlenverständnis, das steht schon da drin, dann würde ich mir diese Stärken nehmen und, wie gesagt, die richtigen Beispiele aussuchen. Wenn das nicht der Fall ist, vielleicht ist es auch eine Initiativbewerbung oder eher ein Trainee-Programm, wo das alles noch nicht so klar ist, dann kannst du dir ein, zwei oder drei von den Stärken raussuchen, die ich dir jetzt nenne und die miteinander kombinieren und, wie gesagt, immer eine gute Begründung suchen. Eine der Stärken, die erste Stärke, finde ich sehr gut, ist diszipliniert und fokussiert. Das heißt, dein Gegenüber kann sich darauf verlassen, dass du Aufgaben zuverlässig in der richtigen Zeit erledigen kannst. Das passt eigentlich immer, wie gesagt, immer gute Beispiele dafür finden. Stärke Nummer zwei, erfindungsreich und innovativ. Das heißt, du findest immer auch in kniffligen Situationen innovative Lösungen, neue Ideen, um quasi das Problem dann doch zur Zufriedenheit aller zu lösen. Stärke Nummer drei, loyal und vertrauenswürdig. Ich meine, wer will nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der loyal ist, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn es mal unangenehm ist und dem man uneingeschränkt vertrauen kann. Das gibt uns allen direkt ein gutes Gefühl, schon allein, wenn du das hörst. Wichtig halt, hier ein paar gute Beispiele finden, wann du das bewiesen hast. Das kann auch möglicherweise außerhalb des Jobs sein, im Fußballverein oder so, dass du da in schwierigen Situationen, wo alle von der Fahne gegangen sind, du dabei geblieben bist. Solche Beispiele sind Gold wert. Punkt vier, Teamplay. Also das ist immer ein wichtiger Punkt, dass du dich in ein Team einordnen kannst, dass du dort aber auch immer eine tragende Rolle übernehmen kannst, dass du immer beiträgst, dass es nicht nur um deine Ergebnisse geht, sondern auch um die des Teams und dass du dich selber auch zurückstellen kannst, um das Ergebnis von allen vom Team voranzutreiben. Super, super wichtige Eigenschaft. Gibt eigentlich wenige Positionen heute, wo du sagst, nee, ich arbeite nur noch für mich allein. Auch spannend, ein guter Geschäftssinn. Ja, ich habe einen guten Sinn fürs Business, gerade wenn du in der Branche wechselst. Da kannst du schöne Beispiele bringen, wie du neue Ideen generiert hast, wie du Sachen besser machen konntest. Vielleicht auch Geschäftssinn in der Werkstatt, wie du Prozesse einfacher gestalten konntest, wie du dort neue Ideen umgesetzt hast, dann in Kombination mit Innovativ. Auch eine sehr schöne Eigenschaft. Für viele Aufgaben super wichtig, detailorientiert und aufmerksam. Das heißt, ja, ich habe schon ein Auge fürs Detail. Ich kenne nämlich, dass es auch wirklich im Detail stimmt. Gerade heutzutage, wo wir so viele Sachen haben, die nicht richtig gut funktionieren, die schief gehen, haben wir immer gerne jemanden, der wirklich auch das Auge fürs Detail hat, der dafür sorgt, dass es dann noch wirklich bis zum Ende richtig gemacht wird. Hängt natürlich auch vom Job ab. Immer dann, wenn es darum geht, neue Ideen zu kreieren oder auch künstlerisch aktiv zu sein oder dass künstlerische Aspekte bei dir drin sind, was weiß ich bei Webdesign, bei Fotografie, es gibt ja sehr viele Sachen, wo ja auch Kreativität gefragt ist, kannst du auch gerne kreativ nennen. Und dann natürlich auch ein paar schöne Beispiele bringen, wie du das umgesetzt hast in deinen Erfahrungen, in deiner Ausbildung und so weiter. Die Geschäftswelt verändert sich so schnell, das heißt, sich dem anzupassen und auch immer neue Dinge dazuzulernen, sind absolut entscheidend. Und da kannst du natürlich schnelles Lernen und Streben nach Verbesserungen sind zum Beispiel auch sehr, sehr gut zu stärken. Das heißt, du guckst immer, dass dein Wissen up to date ist, bildest dich selber weiter, liest Bücher, Fachzeitschriften, Blogartikel, YouTube-Videos, wie gesagt, idealerweise immer Beispiele bringen. Also es ist immer peinlich, wenn ich frage, ich bin sehr lernfähig und wissbegierig und ich frage dann, ja, welches Buch haben sie denn das Letzte gelesen? Und dann kommt irgendwie, ja, kann ich mich nicht mehr erinnern. Also du musst dann halt auch Beispiele bringen, wie du dich weiterbildest, wo du dich weiterbildest, was du vielleicht aber zuletzt dazugelernt hast, was dich besonders beeindruckt hat. Und nicht zuletzt, wir wollen natürlich auch Menschen haben, die für ihren Job brennen, die mit Leidenschaft dabei sind. Ja, und dieses, ich bin leidenschaftlich und engagiert. Wenn ich irgendwas gefunden habe, was mich wirklich interessiert, dann hänge ich mich da rein und sorge dafür, dass es umgesetzt wird. Ich brenne dafür. Und wenn ich dann auch mal Überstunden machen muss oder eine Zeit dranhängen muss, ich gebe alles, um diesen Job umzusetzen. Wie gesagt, das auch wieder mit Beispielen. Hey, wer will nicht so einen Mitarbeiter im Team haben? Also das ist auch eine sehr, sehr gute Stärke. Aber ganz wichtig zum Schluss, jeder kann irgendwelche Stärken herunterlabern, die er sich irgendwo aufgeschrieben hat. Entscheidend ist erstens, dass diese Stärken zu der Position passen, idealerweise zu dem, was in der Stellenausschreibung steht oder was die Interviewer genannt haben, und dass du sie ganz konkret belegen kannst. Also such dir ganz konkrete Beispiele, Belege aus der Praxis, ein bis zwei Stück für jede Stärke. Dann bist du perfekt aufgestellt und haust den Interviewer weg und wirst die Position kriegen. Es sei denn, du kannst diese andere Frage nicht beantworten, die dann meistens danach kommt und die ist dann, okay, das sind ihre Stärken, aber was sind denn ihre Schwächen? Uh, da wird es ein bisschen tricky, aber natürlich auch dafür habe ich dir eine Folge vorbereitet, die verlinke ich dir hier oben oder natürlich in den Shownotes vom Podcast.